hallo und herzlich willkommen zurück bei forestos so wir brauchen was zum essen also müssen wir jagen möchte ich endlich einmal ist es echt herrlich dieser regen möchte ich endlich einmal unser hauschen fertig machen da sind bäume gewachsen wieder das ist gut das ist sehr gut jetzt ich glaube der will mich verarschen wir haben jetzt ein training gemacht fangen gespielt diese nachbarn hier ständig diese nachbarn hier ständig so gibt es hier unten schildkröten habt ihr das jetzt auch gesehen sind die einfach umgefallen sind die tot so geil die sind tot ich habe knochen also ich habe echt glück heute ist mein glückstag kann ich rüstung machen ist das super nur ausgerechnet jetzt muss es regnen ne so ich hole dabei deine kollegin ich habe schon befürchtet wir müssen wieder sterben aber die sind ganz einfach umgefallen und gestorben haben herzinfarkt bekommen oder so so wo waren die jetzt da tschu meine liebe irgendwann müsst ihr auch sterben ist das auch eine höhle so ich hoffe mein feuerchen ist jetzt nicht ausgegangen jetzt habe ich wieder den fischdorf genommen der ist verdorben den brauchen wir nicht so ja den einen kameraden hier hole ich noch den einen kameraden hole ich noch wo war der hier 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 und dann na und dann sollten wir was essen so ein glückstreffer was ich heute habe wieso kann das nicht jedes mal so einfach gehen die sehen mich und fallen einfach dort um die sehen mich und fallen einfach dort um so tun wir mal essen und trinken und den können wir aufhängen da ist das schön das ist schön das gefällt mir so was tolles habe ich noch nicht gehabt hallo willst du auch her dann brauchst du ganz einfach dort umfallen denn doch sehe ich dich spazieren Jaaa! Ah, ok. Done! Komm, wir nere. Ein, zwei. Dann. Komm, wir nere. Ein, zwei. Dann. Dann. Wird wenig sein, ne? Aber, wir haben noch ein paar Knochen. Sehr schön. Tragen. 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 So. Dann, weil wir so ein Glück gehabt haben, werden wir jetzt sicherheitshalber speichern. Weil wir so ein Glück nie wieder haben werden. Oh, Federchen. Vielen Dank. So ein Glück werden wir nicht mehr haben. Gut, ja. Wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen Holz noch machen. Da liegt auch ein Stück. Aber, ich wollte auch kurz einmal da gucken. Haha. Noch eine Höhle. Den werden wir gleich, hopp, na na na. Markieren. Und zwar. Machen wir das. Lila. Ja. Gut. Wir haben hier noch eine Höhle entdeckt. Das ist das. Ob es gut oder nicht gut, das werden wir dann noch sehen. Aber, wir möchten noch schnell, dass hier fertig waren. Denn wir brauchen nur... Wow. 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 Ich hab dich gehört. Ich hab dich gehört. Ich hab dich gehört. Wo bist du? Da. Ah, du Nuss. Hast du deine Kollegen gesucht? Den trage ich gerade. Das brennt dort drüben. Ah. Ich hab da was für dich. So treff ich dich nicht. So treff ich dich nicht. 好. Ich hab dich nicht. Ich hab dich nicht nach. Ich hab dich nicht abgląced. Ich hab dich nicht erforscht. Das weiß ich nicht. Ich hab dich mit mir auf. Ich hab dich nicht erforscht. Was so ist es? Du bewirfst mich mit brennenden Tennisbällen. Das ist aber nicht nett. Was tust du hier? Was tust du hier? Sag einmal, magst du schwimmen? Hallo Fischis. Komm her, komm her, komm her. Na komm her zu mir. So ist... Was ist das? Was ist das? Was hast du für Freunde mitgebracht? Die brauche ich hier nicht. Wo bist denn du? Geh weg von meinem Haus. Was ist das? Was ist das? Das ist das? Komm her! Hör auf mich mit brennenden Tennisbälle abzuwerfen. Genau, komm ein bisschen näher, ein bisschen komm näher. Na komm her, wenn du dich traust. Komm! Ich mache Hackfleisch aus dir. Genau, super! Bleib noch ein bisschen. Vielen Dank! Vielen Dank! So, wo bist denn du jetzt? Toll, jetzt kann ich dich nicht einmal aufnehmen oder was? Ja, das Zeichen brauche ich. Ah, du liegst echt blöd hier! Hm, das ärgert mich jetzt. So, mir macht aber das andere Monster auf die andere Seite Sorgen. Was zum Teufel war das? Hier gehen einige schräge Sachen. Und ich habe wieder fast nichts zum Essen. Ah, Keule. Handgemachte Keule. Okay. So. Ein bisschen Fischen probieren. Liebe Entchen. Liebe Entchen. Hilft ihr mir? So, ich brauche Fische. Fische, 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 Fische. Fische, Fische, Fische. Fische, 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 Fische. Ja, die Sonne geht auch runter. Und da. Ungern möchte ich da her. Aber ich habe leider hier Fische. Aber ich habe leider hier Fische. Das ist weg, wenn ich da Fische habe. So, tun wir noch was wir können noch einsammeln. Bevor wir wieder schlafen gehen. Tut mir leid Bambi, aber ich brauche Essen. Jetzt habe ich schon geglaubt, du willst nämlich sterben. Tja, wieder ein Abenteuer gehabt. Wir haben vieles entdeckt. Unser Haus habe ich noch immer nicht fertig machen können. Es ist ganz schön traurig. Aber. So, meine Bambi. Daher. Jo, dann haben wir. Fleisch, 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 Fleisch. Fleisch. Fisch. Vielleicht. könnte ich ja zweiter herbauen hallo vogelchen und zwar aber zurzeit habe ich nix wir haben gesagt das hier möchte ich auch noch herbauen aber wenn es notwendig hier es braucht Stücke äh ja Feuerzeug wäre auch nicht schlecht das hier Stückchen so kann ich dich jetzt einmal hier wegschlagen kann ich nicht mach ich das hier schnell ok geht nix mehr gut gut dann brauchen wir hier Schildkröte das kann ich schon essen ich will es essen ich will es essen ich will es essen so vielen dank dann brauchen wir noch damit wir wieder schlafen gehen können jo machen wir dabei ein bisschen Feuerchen unser lagerchen unser lagerchen wird schon langsam es wird es wird kann mich nicht beschweren sterne sind auch schon da wir haben heute genug erlebt wir haben eine neue höhle entdeckt wir haben eine neue monster gesehen wir haben drei kannibalen gehabt die uns gesehen haben und einfach gestorben sind dadurch haben wir drei rüstungen machen können dann haben wir eine zweite höhle entdeckt den haben wir lila markiert das ist genau hier bei uns jo also action pur oder so und damit sehen wir uns dann halt in der nächste folge bis dorthin sag ich tschüss ihr lieben ah ist das schön hallo vogelchen ist das schön ja dann bis zum nächsten mal ciao ciao ja 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 ja